Da habe ich meine privaten Einlagen im Sicherheitsschuh tragen. Das ist ein bisschen tricky an der Stelle, weil ihr müsst euch folgendes vorstellen. Sicherheitsschuhe unterliegen einer Baumusterprüfung und sobald die privaten Einlagen eingesteckt werden, ist die Baugleichheit nicht mehr vorhanden und sind dementsprechend nur mit zertifizierten Einlagen zu versorgen. Wenn sie die private Einlage in den Sicherheitsschuh legen, müssen sich das so vorstellen, als wenn sie am Auto beim BMW eine Mercedes-Bremsanlage einbauen, keine TÜV-Abnahme haben, einen Unfall bauen, dann haben sie ein Problem mit der Versicherung. Muss halt immer der Schuh mit der orthopädischen Einlage geprüft sein. Ich bin durch oder kommt noch was?